Hallo, ich bin Stefan vom Elektrorad-Magazin. Wie unser Name schon sagt, geht es bei uns um Elektroräder und der Kern dieses Ganzen ist ein E-Motor. Wie funktioniert der? Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir haben uns dafür von Panasonic einen Tretlagermotor besorgt. Der liegt hier vor mir und da gucken wir rein. Ich schraube erstmal den Deckel ab, dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Deckel ist ab. Wir können schon mal den ersten Blick hineinwerfen. Ich habe mir dafür Handschuhe angezogen, denn ihr seht das vielleicht schon, das ist eine durchaus fettige Angelegenheit. Sieht spannend aus. Wir haben hier mechanische Teile, wir haben elektronische Teile. Kommt mal ran, dann gehen wir jetzt mal ins Detail. So, ganz grundsätzlich erstmal, wir haben den Elektromotor, den sehen wir jetzt nicht ganz genau. Der sitzt hier hinten. Der ist verdeckt von der Steuerelektronik, die hier auf dieser Platine sitzt. Wir haben dann hier noch verschiedene Zahnräder, die am Ende auf das Tretlager wirken. Das ist dieses hier. Ich kann hier dran drehen, dann sehen wir es und wir können auch gleichzeitig hier den Freilauf erkennen. Ihr seht schon die verschiedenen Mechaniken, die ich gerade kurz beschrieben habe. Das ist die Besonderheit von dem Mittelmotor, der hat nämlich eine interne Übersetzung. Das bedeutet, wir haben hier die Welle vom Elektromotor, der wirkt auf dieses Zahnrad, was wiederum auf dieses Zahnrad wirkt, worüber wir dann zum Tretlager kommen. Dass wir hier diese Mechanik drin haben, das führt dann am Ende auch dazu, dass eben der Mittelmotor im Vergleich zum Beispiel zum Heckmotor deutlich lauter ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu haben wir denn überhaupt eine interne Übersetzung? Das ist ganz einfach. Je höher der Motor dreht, desto effizienter läuft er, beziehungsweise desto mehr Drehmoment entwickelt er. Das bedeutet, wir haben den hochdrehenden Motor, der natürlich dann sich mit unserer Trittfrequenz irgendwie vereinbaren muss. Und das macht er eben über diese Mechanik. Wir haben einen relativ hochdrehenden Motor, deshalb auch das oftmals recht laute Geräusch dazu. Dazu kommen dann die Zahnräder, die auch Geräusch abgeben. Aber am Ende bedeutet das eben, dass wir hier am Tretlager mehr Kraft bekommen, als wenn der Motor komplett ohne innere Übersetzung auskommt. Panasonic in diesem Fall setzt hier auf Zahnräder. Es gibt auch Hersteller, die haben Zahnriemen hier drin. Das war eben nicht über Zahnräder, das übersetzt, sondern eben durch einen Riemen, der hier um die zwei Wellen gelegt ist. Ein letzter Satz vielleicht noch dazu, woher der Motor denn überhaupt weiß, wie viel Kraft er abgeben soll. Denn klar ist, er gibt ja nicht immer die volle Power ab, sondern das ist ja entsprechend unserer eigenen Tretleistung. Und dazu haben wir eben eine Steuerelektronik, einige Sensoren hier dran, die eben am Tretlager messen, wie viel Druck ihr selbst aufs Pedal gebt. Und darüber wird dann eben die Unterstützung ausgerechnet. Bei Bosch zum Beispiel sind es Prozentzahlen, da kriegt ihr dann mal 25 Prozent Eigenleistung, 50 Prozent, 75 Prozent, je nachdem. Und das ist eben gesteuert über die Motorelektronik. Das ist jetzt ein Tretlagermotor, demnächst zeigen wir euch auch mal einen Hecknarbenmotor, dann kommt auch wieder so ein kleines technisches Video. Wenn ihr andere Videos noch sehen wollt in dieser Art, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Ansonsten liked unseren Kanal, gebt uns einen Daumen. Das war's, macht's gut!